Mein Name ist Christian Favar von der Firma Zeppelin Systems in Rödermark. Mein Name ist Steven Markmark. Willkommen aus Zeppelin Systems USA. Wir wollen heute über den Daimomix sprechen, der gerade eine Trophäe gewonnen hat, zusammen mit der Firma Kemper. Wir wollen über den Daimomix sprechen. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Trophäe mit der Firma Kemper bekommen. Der Daimomix kann Mehl und Flüssigkeit zusammenmischen zu einem sehr homogenen Gemisch. Dieses Gemisch fällt dann in Batchkneter und wird dann weiterverarbeitet und weitergeknetet. Der Daimomix wird all die Flur, all die Miner-Ingredienste, und wird direkt mit den Kemper-Mixer in den Kemper-Mixer verbunden. Mein Name ist Sebastian Wessels von der Firma WP Kemper. Herzlich willkommen auf dem Stand der WP Bakery Group. Wir befinden uns hier an unserem Kronos Digital, der eben Teil des Projektes war vom Kro-Mix. Hi, I'm Bruce Gingrich. I'm from WP USA, representing Kemper, and we are here to discuss the new Kemper Digital Mixer. Wie wir eben bei unserem Partner Zeppelin Systems gesehen haben, bekommen wir von dem den Vorteig aus deren Daimomix, und in unserem Kronos Digital kneten wir den Teig fertig auf die gewünschte Eigenschaft. As you have seen before, with our partners Zeppelin Systems, we accept the pre-mix into the Batch-Mix Kemper-Mixer to continue the mixing to a final result. Das Besondere eben bei unserem Kronos Digital ist, dass wir eben den Teig auf die vorgedefinierten Eigenschaften reproduzierbar vollautomatisch auskneten und so dem Kunden helfen, eine immer gleichbleibende Qualität zu erzeugen. Mit dem Vorteig von unseren Partnern bei Zeppelin können wir ein pre-mix-dough akzeptieren und es weiter in den Kemper-Mixer und haben den Vorteig von beiden Continuous-Mixen und Batch-Mixen, um ein perfektes Ergebnis zu erreichen. Perfect Dough.